Ich habe dieser Nation mit Mut und Hingabe gedient, seit ich ein kleiner Junge war. Ich habe an der Seite der besten Männer gekämpft und verlustreiche Schlachten geschlagen. Und nun, in der Stunde tiefster Verzweiflung, habe ich keinen größeren Wunsch als meinem Land und meiner Familie Ehre zu erweisen. Meine größte Angst ist jedoch, dass ich dafür meine Menschlichkeit verraten muss. Über das, was ich jetzt tun werde, wird die Geschichte ihr Urteil fällen. Gestern, am 7. Dezember 1941, einem Tag der Schande, wurden die Vereinigten Staaten von Amerika plötzlich und vorsätzlich von der Marine und der Luftwaffe des Kaiserreichs Japan angegriffen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020